Es soll sein, dann kann man eigentlich am meisten Vielfalt, finde ich, rausbringen. Ach so. Oder das. Was denn? Was wolltest du sagen? Ich hab schon dir am gesagt. Ah lol. Aha. Schlüssel. Hier gibt es auch zwei Ausgänge. Ja, Geisterhaus. Hat eigentlich immer zwei Ausgänge. Nicht immer, aber oft. Aber immer öfters. Wie ist nun das Bier, dass das mit dieser Werbung gemacht hat? Pilsner? Oder so? Äh. Das war der falsche Knopf. Ich glaube, ich muss aber hoch. Die Zeit läuft dir davon. Gut gemacht. Ah. Ah. Hallo. Hallo Mann. Hallo, Bruder. Ciao. Grüße dich, ich lebe die Hand. Kein Yoshi. Okay, Yoshi verboten. Ey, weißt du, was muss ich... You need the yellow switch here to head the right you can or gain the secret exit via this pipe. Was? Aha. Ist mal cool. Also hier soll ich zum gelben Switch kommen. Äh. Okay. Okay, warte mal. Ich sehe hier eigentlich nichts. Einfach mal drücken. Oben. Oben. Aha. Aha. Ja, Yoshi! Wie sieht der denn aus? No. Warte mal. Waren die Münzen vielleicht für ihn zum Essen da? Nein. Nein. Nein, nein. Aha. Da oben ist auf jeden Fall das Dinges... Hm. Entweder kommt es so dran, oder? Hm, kommt es glaube ich so dran. Ja. Ja, warte mal. Tut mir leid. Was? Waaah. Ne, musst du einen weiter da reinsetzen. Juuuup. Waaah. Und auch ein Secret. Die Secrets sind nicht so gut versteckt wie bei anderen, aber auch ein bisschen schon. Ja. Hä? Aber, aber. Ich dachte, es mach mal da. Ja, ne, mach du mal. Soll ich? Ja. Okay. Rhinosafari. Was willst du denn? Diese Dinos, jetzt hast du sie, ey. Bei dieses Dino-Level gab es ja irgendwie beim Original irgendwie so. Je schneller du das machst, desto anders ist der Ausgang. Boah. Wenn es hier so wäre, ey, dann ist das schon etwas fies. Ninja Dino, ey. Glö, glö, glö. Oh, oh. Du hast bestimmt in irgendeine Richtung gedrückt, ne? Ja. Ja, darfst du nicht, wenn du da rausgeschossen wirst. Einfach nichts drücken, dann kommst du am weitesten. Ah, dann bekommen wir das Power-Up, wenn man das andere einsammelt. Also das heißt, wenn du das erste einsammelst, bekommt auch das zweite nichts. Der ist ja nicht umsonst. Eigentlich nicht. Naja, es hat was zu bedeuten. Der ist, glaube ich, voll umsonst. Warte mal. Ne, transschossen kann man auch nicht, ne? Ne. Naja, egal. Das ist erstmal nicht wichtig. Da unten war was. Boah, so viel zu entdecken hier, ne? Das ist cooler, ey. Gefällt mir schon mal sehr. Mir auch, ey. Ich hoffe, dass dann später nicht wieder solche Eros kommen, wegen der Version. Lieber hier Safety First Line, ne? Boah, Ed-Boss! Fick das! Warte mal. Wie Mario Bros. Äh, der zweite Teil. Jawoll. Boah! In die Fresse rein, ey. Voll weggefickt, ey. Ich denke mal, das war das Secret. Voll aus dem Leben weggeklatscht, ey. Aha. Ich habe keinen. Okay, doch. Ah, willst du den normalen Weg, dann? Ja, irgendwie soll hier... Irgendwo soll hier doch der Ding ein Switch sein. Denk ich mal. Außer, ey, vor dem Leben weggeklatscht. Äh, der Hack macht mir jetzt schon Spaß. WUAH! Also, es gibt auch gute Hacks, ne? Ja. Wir haben halt einen sehr schweren, am Anfang der Bist. Ich finde es. Er war zwar toll für mich, also ich fand ihn toll. Weiß ich, wie Jack ihn fand. Wieso kann der so weit nach oben? So, den muss ich hier rein, oder? Ja. Mal nix drücken. Weiß ich, wie du den Hack fandest. Also... Ich fand ihn schwer. Ja, aber schlecht schwer, oder einfach schwer? Oh, du warst bei mir tot kurz. Aber der ist zum Beispiel auch human. Du bekommst ja sofort eine Feuerblume. Wenn ich mich richtig anstelle und so weit komme. Oh, oh. Oh, von allen Seiten. Oh. Oh. Ah, da hat er geschossen. Bah, als er es angehört. Ja, auf, fick dich. Nein! Oh, Gott. Das kommt dich doch nicht an. Na, wenn du noch unkrank wirst. Was soll das denn? Aha. Treehouse. Willst du das schon machen? Aha. Nee, die Musik. Hier. Der wirft gleich Ding ins. Ähm. Wie heißt das? Hm, Paper Mario. Habe ich nicht gespielt. Boah, das ist ein schönes Game. Boah, ich hab hier gerade so ein paar Legs. Aus nix kam der Bastard. Out of nowhere. Okay, ich glaube ich mache die Level später. Ja, ich denke, die sind doch wahrscheinlich etwas schwerer. Das war doof. Ach, da oben. Das vergisst du gerne da oben, ne? Irgendwie schon. Weil ich da meistens nix hab. Ach, muss man das Geisterhaus machen, ey. Ah! Willst du vielleicht das Geisterhaus machen auch? Vielleicht? Mal probieren? Oh, ich probier's mal. Ich hab irgendwie gerade nicht so viel Bock auf das Geisterhaus. So, da bin ich ja krepiert. Ganz cool. LOL. Vor dem Ausgang. Vor dem Ausgang. Ey, lol. Bitter. Das ist echt bitter. Okay, wo ist der Switch, Alter? Ich bin doch den Hinweisen gefolgt und... Hm. Ich mach jetzt das mal. Zeig mal da, wo ich jetzt stehe. Für den anderen Ausgang brauche ich wahrscheinlich den Switch. Die Musik geht so an. Oder vielleicht gibt's da drei Ausgänge. Und, ne, glaub ich auch nicht. Schwer zu sagen, ne? Hier ist alles möglich. Nächstes Unmöglich. Toyota. Toyota. Voll deinen Arsch gestreißen. Oh, Alter. Oh, der war nicht schlecht, oder? Ja, Power-Up immer bei dem Ding in Smith Point. Auch sehr nett. Boah, ich hab voll scheiße gesprungen gerade, ey. Bam. Bam. Oh, der spielt so oft, ey. Keine Ahnung, wieso. Swinging right round. Und... Nein. Keine Ahnung. Ja, cool. Boah, cool. Ein schöner Hack. Das ist schoner Hack. Ja, das ist cool. Ich find den auch ganz witzig. Da macht Mario ein bisschen mehr Spaß als bei den anderen. Hier noch zu normal, ne? Ja. Vielleicht nach den bekommen wir. Martin, Ghost House. Du musst eigentlich den normalen Ausgang nehmen, ne? Ja. Geil, komm her. Und da wackelt er. Wie cool, Mann. Das aber ist cool, die Idee. Wie er voll durchdreht. Ich habe auch noch so gelesen, dass es noch so irgendwie Items gibt, die man einsetzen kann. Wie bei SMB3. Okay. Bin ich mal gespannt, wie die das umgesetzt haben. So. Oder ob's überhaupt wahr ist. Hat mich noch bearscht, ey. Haha. Der Heck ist gar nicht so cool. Haha, ich hab voll den Scheiß halt gemacht, du Noob. Hahaha. Voll selbst geowned, ey. Brauch ich nicht. Mach's mal, ist hier noch viel? Äh, keinen Traum vor dem. Ich glaube, das ist von Mario Galaxy, die Musik. Na, nehm ich mal. Das Fliegen bringt mich hier eh nicht so viel. Boah. Oh, ein Leben. Wo ist jetzt? Ähm, jetzt, ja. Dann da hoch, ja. Da wieder hoch, ja. Ja. Okay. Na komm. Wie lässt du mir das Ding? Ja. Ich will jetzt auch kein Student hier sein, ne. Oh, jetzt kommen wir mit den Studenten irgendwie. Ja. Naja, zwei brauch ich nicht. Ein bisschen brauchst du auch eines, ja. Ja. Da müsste eigentlich... Wow. Wow. Hm, riskanter Typ hier. Wo ist die Lücke? Wo ist die Lücke? Stell dir vor, es gibt ja keine Lücke. Boah. Da dachte ich gerade. Hm. Was wäre wenn? Okay, jetzt... Bin ich verwirrt. Drück mit dem P-Schalter. Aha. Aha. Und ich geh raus. Good Job. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Yeah. Ich spüre irgendwie, du hast bessere Laune als bei einem anderen Weg. Ja. Und selbst wenn dich kopieren, ne. Sieht einfach alles so schön aus. Hm. Boah. Was für ein weiter Weg. Da ist der Schalter? Gell. Achso, doch. Ja. Gell. Ist gerade gell? Okay, das ist hier wirklich tricky. Das Level hab ich auch noch gesehen. Okay. Ey, die Musik erst mal. Da da. Jetzt hängt nicht viel Haar, jumpst du da weiter rein, ne? Ach, das wird geschnitten, ey. Boah, fies erst mal. Ja, rein. Wie ist das? Hast du das noch zu Ende gemacht, das Level? Ja, aber es gibt erst zwei Ausgänge, ne. Achso. Den zweiten kennst du noch nicht? Nee, ich hab jetzt nur einen. Oder gibt's hier zwei? War der rot? Weiß ich gerade nicht. Ist auch gerade nicht. Okay. Braucht man irgendwie einen pinken Switch? Ja, rot. Die verlangen hier schon ein bisschen was ab. Ja. Ich würd gerne nach unten gucken da, aber na egal. Ja, hier war alles. Bis jetzt ist alles sehr nett. Mhm. Mhm. Ein super Hack, Leute. Kann dich bis jetzt nur empfehlen. Doch, da war es. Warte mal. Und da rechts ist... Achso. Okay, top. Da unten warst du gerade. Jetzt bist du heute noch rumgekommen. Okay, da ist schon gleich der Exit angeblich. Also teilweise schwer, aber teilweise auch einfach. Da ist es einfach schön, finde ich. Tatsächlich ist immer sofort was ein...